Du Schwuchtel! Wenn das einer sagt, dann meint er ja nicht, ich hab's gesehen, sondern... Ja, trotzdem, das kann er ja nicht sagen. Warum weißt du das? Dann hätte er ihn irgendwann mal an irgendeinem Zeitpunkt sehen müssen. Das nennt man Beleidigungsnummer. Wenn man sagt, du Mutterficker, dann muss das auch nicht stimmen. Ich finde das überhaupt nicht als Beleidigung. Wenn einer zu mir sagt, hey du Mutterficker, dann sage ich, klar bin ich einer. Deiner war auch gestern bei mir. Jürgen, aber meins vielleicht da? Dann würde man sagen, ey, ich hab gestern deine Mutter gefickt. Ey, ich fick deine Mutter! Ey, aber nicht. Ich bin deine Mutterficker. Das ist auch keine Beleidigung für den anderen. Wenn einer sagt, ey, ich bin ein voller Motherfucker. Ich bin ein Motherfucker. Was sagst du jetzt dazu? Ich bin der Murrugficker. Ich fick deine Murrug. Ich fick den Murrug. Ich fick deine Anne. Ich fäng deinen geilen Murrug. Anne! Anne! Wow, das ist ziemlich was ist das. Wieso? So hör ich's? Das ist was ich verstehe. Toleranz. Ja, genau. Ich sehe nicht, dass du es verspottest. Nein. Ja, wenn ich was sagen könnte, dann würde ich's schon sagen. Aber ich kann ja nichts. Ja, warum lernst du's nicht? Was die scheiß Sprache ist. Nice. Mach's doch kaputt. Chill doch. Bro. Oh, was ist das? Ah, das ist schon so ein Wurfding. Ah, hier muss ich nicht länger. Ja, du musst runter. Lauf einfach neben vorbei. Nein, du gehst jetzt. Nein. Das kannst du nicht kaputt machen. Dann kannst du da nichts mehr machen. Nein. Oder um die Schalte. Nein. Oh. Oh, du Ficker. Das ist einfach witzig aus. Das stand in so einem Loch da. Knie, Knie tief. Wohin gehst du? Ich kill den. Höre, was? Müsste auch hin. Später. Du musst da gar nicht hin. Ja, warum war ich denn da? Wo? Das letzte Mal. Ja. Ja. Wahrscheinlich wegen der Kiste oder so. Ja. Ja, weil ich gerne sneaker. Ja, das ist ein Wurfding. Ich sage, weil ich gerne sneaker. Aber das ist nur so, wenn du, wenn dich die Story so sehr juckt. Mich juckt sie. Ja. Wo? Ein Krotus. Ein Krotus oder das Krotum? Krotus ist ein neuer Teil meines Körpers. Ja, den habe ich so benannt. Der ist, der wird nicht sehr oft angeguckt. Ja. Weil er nicht ansehnlich ist. Ja. Weil er richtig eklig aussieht. Krotus. Hör sich aber auch noch irgendwas an. Das hört sich nach dem, nach dem Typ aus God of War. Krotus. Der wieder hingefallen ist. Von Plank. Plankstamp. Kannst du das? Nein. Muss ich das? Das sind Skills, die jeder Mensch haben sollte. 100 Skills, die du haben musst, bevor du stirbst. Das ist ein Brum. 100 Skills, die du dir... Da gibt es, glaube ich, tausend von Listen irgendwie... 10 Milliarden Schmetterlinge, die du... 10 Milliarden dichst, die du in deinen Mund stecken musst. Bevor du stirbst. Bevor du kommst. Bevor du endlich mal schwul wirst. Bevor du dich outest. Ja, das ist eine Challenge. Bei uns bei der Arbeit war auch nicht viel los. Apropos schwul, booty, was da? Ja. Hat er dich angemacht? Ja, genau. Hat er überhaupt irgendjemanden angemacht? Mach der Leute an. Ne, aber er sagt immer... Uh, Tisch 3. Sexy man. Sag mal sexy man. Ja. Ja. Eng, sowas immer irgendwas. Sowas, was alte, 30-jährige Leute halt sagen, wenn die Hips sind, der... Uh, hübscher Mann. Sexy boy. Ja. Sexy... Ne, fucker. Sag mal ne, ne. Sexy Erwachsene, ne. Sexy Maxi. Ja. Weil es nichts bedeutet. Ne. Weil es nichts bedeutet. Es bedeutet mir nichts, weil es irgendwie homosexuell ist. Das ist richtig klasse. Richtig klasse. Klasse gemacht. Klasse... Krankenkasse. Okay. Ah, das ist der Typ, der dich heftig gekillt hat. Ja, ich muss den jetzt nicken, weil er hat diesen... Ich steck ihn dann. Das ist, glaube ich, ein... Nicht ein Morgenstern, sondern... Wie heißt das Ding? Zepter. Ja, irgendwie heißt. Zepter. Mein Wissen, mein Allgemeinwissen ist so winzig. Meinst du? Wir haben... Wir wissen... Wir wissen, wie man Nene danzt. Now watch me with. Neneene. Das kann echt, Rudolf, am besten. Ich kann's nur beweisen... Indem ich das sag. Glaubt mir. Glaubt mir einfach. Ich hasse Menschen, die mit Allgemeinwissen angeben. Die haben's halt gelernt und dann... Ja, und jetzt verpässt dich. Ja, die haben's ja nicht gelernt, das ist so... Die haben sich vieles gemerkt. Ja, das ist es ja auch. Das ist Lernrunde. Ja, du hättest du lieber Basket genommen, damit du... Speicherst, aber egal. Mach was du willst. Ich bin... Ja. Ich bin... Ich bin in den Boden reingefallen. Hm. Ja, ja, ja. Du hättest es drehen sollen. Stirb jetzt einfach. Was? Du hättest es drehen sollen. Okay. Ja komm, kill den. Echt? Muss ich's nicht... Muss ich's noch mal drehen? Ja. Aber warum startest du von dort an? Also... Warum startest du von dort? Ah egal. Es gibt keinen Fick. Hauptsache es funktioniert. Wir kommen in den Boden reingefallen. Ja, ja. Ja, 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 yeah. Rotkälbchen. 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 Oh, yeah. Das ist steif. Achja, das sind die Check Point. Ja. Das gibt mir Essen oder so eine Scheiße. Ja, ich hab's, wir haben's doch schon... Ja. Ich dachte, es ist für uns klar. Ich dachte, es ist uns beiden klar geworden. Ich dachte, es ist dir bewusst. Es ist dir bewusst. Gib mir die Posse aus. Gib mir die Posse, bitte. Gib mir die Posse, bitte. Bitte, gib mir die Posse aus. Bitte. Verzeih. Ich würde ihm schon was geben. Guck mal, das ist ein mega... So ein schwarzes Loch hier. Ist das ein Typ im Bus? Ja. Das ist aber schick schön. Hallo, Herr Mauer. Hallo, Herr Mauer. Ja, 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 ja. So, hier waren wir das letzte Mal. Endlich mal haben wir es auch aufgenommen. Wir haben eine Stunde gebraucht, bis ich hergekommen bin. Ja, ich frage mich, wie... Ich frage mich, wie du das Klinge kriegst. Ich frage mich, wie du das Klinge kriegst. So, die Zeit schon scheint. Ja. Meine Zeit. Kriegst du keinen Glück? Ja, watch me whip. Uh-huh. Watch me nane. Watch me whip. Whip. Watch me nane. Mmh. Das ist eine Puppe. Du, das stank mir... Mega-creepy. Krueger. Sieht so wie ein Pinocchi, aber auf den schlimmsten Drogen. Was sind das für Drogen? Harz. Warum Harz? Meth und lsd zusammen gemischt real boi shit man, this is real wow, das ist bb was nein ne, so ein bisschen wie Seasurer girl ja ich schwör das ist wahrscheinlich ihr Vater der sich selber getötet hat ich schwör ich sag dir ihr Vater ist dieser Wolfie ja, bestimmt oh Vater hm Grace was ist sie hier mit no mother it was this tiny woman who stood by my bed and loved me to sleep father made her in 22 days my thumb sized piece of comfort ja, wenn zwei plus zwei zusammenrechnen dann wirds vier sein es war mein Statement echt? es war mein Statement was ist das Ding? deine Matheprüfung? ähm wertreal da war ich noch nie aber trotzdem, ich hab deine Prüfung geschrieben ich hab einfach reingesneakt in die Prüfungsräume und, hey Das ist voll Terminator. Sieht mega wie Terminator aus. Haben die nicht die Terminator-Roboter... Guck mal. Ist das, was ich denke, es ist? Hat mein Vater getan, was ich denke, er hat getan? Er hat mir gesagt, er hat Toile designiert. Das ist kaum für kleine Mädchen und Mädchen. Aber für was hat er das gemacht? Das sehen wir wahrscheinlich noch raus. Warum? Warum machst du das, Vater? Warum machst du das, Vater? Das ist nicht du. Das ist nicht du. Ja, der war wahrscheinlich besessen, weil er ein Wolf ist. Wer Wolf? Bath salt, würde ich sagen. Ist nicht schon alt, die Droge? Nimmt's überhaupt noch jemand? Auf dem Platz zu gehen ... Auf dem Platz zu gehen! Auf dem Platz